Bilder wie diese werden wir in nächster Zeit noch öfter sehen, wenn nicht endlich härter gegen Antisemiten durchgegriffen wird. In Amsterdam haben Gewalttäter systematisch Jagd auf Juden gemacht. Sie haben abends auf der Straße Ausweiskontrollen durchgeführt, damit sie wissen, wen sie angreifen können. Sie haben Juden getreten, geschlagen, schwer verletzt und sind stolz darauf. Schockierend sind aber nicht nur die Taten an sich, sondern auch die Versuche von verstrahlten Aktivisten, diese Gewalt jetzt zu leugnen oder zu rechtfertigen. Zum Beispiel mit der Lüge, auch das waren doch bloß Zusammenstöße zwischen Fußballfans. Oder auch, naja, die Opfer waren ja selber schuld, weil israelische Fußballfans haben Stunden zuvor beleidigende Gesänge skandiert. Und das ist natürlich Antisemitismus pur. Also die Logik, weil irgendwelche besoffenen Fußballfans beleidigen, dürfen Juden systematisch durch die Stadt gejagt werden? Wer so argumentiert, ist Antisemit. Und noch schlimmer, Aktivisten hoffen, dass diese Gewalt jetzt auch nach Deutschland schwappt. Sie sprechen das sogar offen aus, zum Beispiel auf einer Anti-Israel-Demo am Wochenende in Hannover. Für uns kann das nur eines bedeuten, nämlich Jüdinnen und Juden brauchen jetzt keine schönen Worte und keine Sonntagsreden von Politikern, sondern sie brauchen den größtmöglichen Schutz. Vom Rechtsstaat, von der Zivilgesellschaft und auch von jedem von uns.